einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen unboxing ich habe schon mal anlauf zu dem unboxing genommen der kann zu bumerang passen ja ist von von der pferdeserie wie heißt die pferdeserie spirit guck die kleine gerade findet steht ja pferde mädchen so jedenfalls ich habe das schon mal aufgenommen ist ein bisschen zu viel quatsch deswegen habe ich gesagt jetzt mache ich eine kürzere version also ich werde eine lange version zu unboxing hochladen und eine kurze version die lange version das ist jetzt die kurze version wenn er wissen wollt wie ich das gekriegt habe guckt die lange version ist kein sponsoring ich habe es selber bezahlt aber eigentlich auch nicht bezahlt guckt euch die lange version an da habe ich genau erklärt und ein bisschen um heißen brei redet aber egal wir wechseln jetzt erstmal die unboxing ansicht und ja so und wir sind jetzt in der unboxing ansicht und ich habe natürlich wieder kein messer hier mein unboxing messer ist mal wieder weg ist jedes mal das gleiche dann nehmen wir halt eine schere so ihr hört schon kinder sind auch da und ich mache das halt nur das ist halt für oliver shoppen eigentlich aber ich wollte davon halt ohne unboxing machen dass man wieder was video material für den kanal kommt meine ohren sind immer noch nicht gut also beim bearbeiten des videos mache ich halt oft gut glück und tochter hört ab und zu rein ob alles so relativ zwischendurch mal okay ist die kann auch nicht die ganze zeit dabei sitzen also beim letzten mal wart ja auch okay also hoffe ich dass es jetzt also beim univer shoppen so hoffe ich dass es jetzt bei dem video auch wieder okay wird dann dauert es ja hoffentlich nicht mehr so lange das ist eine verpackung moment der kieferorthopäder hatte angerufen hat josie sagt ich verstehe nichts muss ja immer josie heranien wegen termin jetzt müssen wir gucken wie wir das denn hier raus ohne dass wir die kaputt machen ach so dass ich hier auch noch mal pappe das würde kein ganze ding hier draus haben hier können wir die anleitung rausnehmen können wir das sehr und hoch hier vorne raus nehmen so haben wir hier noch was drin also verpackt ist gut dann können wir das nämlich auch wieder hier rein machen dann kann ich den karton nämlich in meine tasche machen wo ich sachen sammel für univer shoppen so und dann haben wir hier immer eine anleitung in verschiedenen sprachen aber das kenne ich ja ich habe ja ich habe ja die software auch schon drauf moment sie wollte fragen wann es ist ob sie jetzt der spirit gucken darf aber frauchen hat die meckert sie soll nicht so viel fernsehen gucken so und dann haben wir halt und ich bin ja wieder der boom und dann halt bitte und der kleine streamdeck im gegensatz zum großen ist es halt hier in einer einheit und halt nicht mit diesen dingen deswegen kann ich hier praktisch müsst ihr euch vorstellen so dass hier mein klebeband dran machen und so an tisch oder beziehungsweise nicht so so an tisch wartet mal nochmal den karton dass ich euch das am besten zeigen kann so das ist praktisch jetzt meine arbeitsplatte oben hier steht der pc drauf und hier ist das maus pad und naja so und dann möchte ich das gerne praktisch und dann tisch haben aber ich würde gerne so ein bisschen angewinkelt haben also so würde denn praktisch und dann tisch nach unten gehen das ist doof so ist auch so ein bisschen angewinkelt so dann kann man das bisschen sehen aber man kann es trotzdem besser sehen als so weil so ist es dann halt ein bisschen weit unten da ist es dann so schon angenehmer am besten wäre natürlich so oder ich klebe mir das an tisch vorne ran so könnte ich oben machen ich habe ja mein klebeband weil ich mir das am tisch an dann verlängere ich meinen tisch einfach dann habe ich das genau praktisch müsst ihr euch vorstellen so dran meine arbeitsplatte fertig genug da passt dann super ran dann werdet dann praktisch so dran also jetzt nicht mit mit mir jetzt also ein stück weiter rüber und dann habe ich das so dran und dann kann ich das halt schnell bedienen weil so da habe ich auch wieder angst dass man den falschen knopf trifft und die schräge ist noch viel schräger das machen wir schon das kriegen wir schon hin werde auf jeden fall dann ein video machen später noch und zeigen wie ich es denn eingestellt habe und da soll dann praktisch auf jeden fall soll dann laut leise hierher kommen oft auf die außenseite hier oben soll dann ein knopf hin wo ich praktisch zwischen dem realtech also pc sound und dem turtle beach hin und her wechseln kann weil der bräuchte nicht immer ich habe das früher bei windows 10 ging nicht ganz einfach da habe ich gesagt das turtle beach soll standard sound sein und dann habe ich gesagt hier ich turtle beach ausgemacht dann war das aus der liste raus also wurde halt ausgegraut und dann weil man kann es ja nicht ansprechen konnte keine einstellung machen dann bin ich auf dem pc gegangen also auf die realtech und habe gesagt standard sound und jedes mal wenn ich halt der turtle beach angemacht habe ist als standard sound geriet drin gewesen und der pc nicht habe ich turtle beach ausgemacht war automatisch der pc wieder standard und der traut bei windows 11 jetzt bei mir überhaupt nicht hin ich muss immer händisch selber umschalten und deswegen halt hier eine taste wo ich dann halt zwischen pc sound und turtle beach hin und her schalten kann also realtech und also dass ich halt die die boxen die am pc angeschlossen sind benutzen kann wo ich da auch noch laut und leise knopf habe mit einem wackelkontakt also daher hat logitech kein glanzstück abgeliefert und dann der bleibt frei hier kommt das mute hin vom vom mikrofon und hier vielleicht noch eine mute vom headset dann habe ich beide mute knöpfe dass ich beide mal muten kann wenn was sein sollte und hier unten der ist frei dass ich dann halt vielleicht noch eine zweite seite machen kann wenn was ist aber ich brauche keine zweite seite ich will jetzt einfach nur diese standard knöpfe und dass ich halt wirklich praktisch wenn ich jetzt hier müsst ihr euch hören ich sitze jetzt hier so hier die maus dass ich dann halt wenn ich merke und dann zack gleich drücken kann dass es halt wirklich nahe ist wo ich denn zack und nicht ewig weit rüber reichen muss dafür sollte es eigentlich sein so dann würde ich jetzt hier aber auch ein cut machen ist schön verarbeitet klein robust die knöpfe sind genau wie beim mittleren haben schön druckknopf mal gucken kann euch da auf jeden fall auf den laufenden bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal kopf hat euch gefreut wenn es euch gefreut hat däumchen werden träumchen bis dahin ahoi seid euer odin 10 it apg 11 12 11 12